So, da sind wir wieder, dieses Mal ganz alleine. Und ja, die habe ich mir beim lieben CO2 geklaut, die Essenz. Und ich habe einfach nirgendwo mehr Platz. Wir wollten die Lama Produktion dieses Mal hier unten starten. Das fangen wir jetzt auch instant an. Und zwar so. Und da geht der Cabbage Stone schon rein, wusste ich es doch. So, dann brauchen wir die Liquid Tanks. Ach, die Liquid Pipes. Ähm, dazu haben wir uns ein D-Lot gesetzt. Wir brauchen Glas. Wann braucht man das nicht? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, einfach mal. Scheiß drauf, wir machen einschalten, rein hier und anschalten. Ok, der nimmt das auch so. Ja. Ganz allein auf dem Server. 3, ich brauche aber ein bisschen mehr. Und ich brauche nochmal Conduit Binder. Da müssen ich wollte doch nochmal was klein hauen. So. Ähm, Clay hatten wir auch noch irgendwo. Irgendwo. Ist gut. wo ist mein Clay hin? Hab ich das schneis verballert? Ja gut, stell mal ein neues her. Und ich brauche noch einmal. Da ist er. So. Das sind vier, acht, sechs, genau, zwanzig Stück. Ähm, ähm. da reicht auf jeden fall erst mal das hier rein der restliche lande dort das erste glas haben wir auch richtig ach nee so okay zwei stück noch sondern lassen wir hier alles schön reinlaufen ins show dass die akne deaktiviert genau dreifache geschwindigkeit so nicht runterfallen das ist an extrakt und an extrakt und an hier überall natürlich das gleiche extra hier anschalten anschalten extrahieren anschalten extrahieren anschalten und extrahieren so da wird die lava hochgepumpt ja es füllt sich dann können wir jetzt die ersten erze klein machen ehm du kommst da rein ja wieder bei da wo ist jetzt das denn dann können wir uns noch mal ein paar item item machen, die werden wir sowieso öfters brauchen aber gleich ein paar mehr, so dann wollen wir mal gucken, chest, ja es gibt diverse Kisten hier drauf, ich werde aber erstmal eine Standard Vanilla Kiste nehmen die kommt dann dahin so so, jetzt haben wir ein Problem, ich brauche die Branch, äh Ender der Star de Brau Electric Steel, Gibt es noch eine andere? Ja, hier, Eisen, Eisen, was von Chis and Bits, ich weiß nicht ob ich die verwenden kann extrahieren, insert, extrahieren, das heißt ich darf jetzt wieder sieben dann hab ich nicht noch eins, das sind insgesamt nur zwei äh reicht nicht aber wir haben hier auch noch Dust, das können wir mal kurz kompressen so so hallo so zum Rest werden wir später vielleicht Clay machen das 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 und das hier einmal hier ja wie viel braucht ich jetzt, die wollte Electric Steel haben, stimmt das Silikon habe ich, Crushed Coal könnte ich herstellen aber ich kann es doch auch in der Schmelze machen ok ne Schmelze herstellen, indem ich ja genau nix mache, toll ne dann bauen wir uns erstmal die von Extra Utilities, um zu schauen ob das auch klappt so das müsste hier schon ausreichen sechs Stück einmal hier rein und der Rest kommt hier rein so da brauche ich noch Redstone und rote Farbe Blume äh ja 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 und auch hier eine rote Tulpe und da ist die andere rote wie sieht es hier drin aus haben wir wieder ein paar Lootbacks und der Hunger ist noch so äh Knochen kommen hier rein das Zeug kommt hier rein ich brauche Erde äh Pflänze du kommst jetzt da rein nein scheiße genau deswegen brauche ich das komm schneller so zwei drei äh ich hoffe das klappt mit der äh äh ja es hat geklappt sehr schön da drauf erstmal ein Stück Kuchen hier so die da rein so erstmal den Kabelstone hier rausholen ich könnte mir eigentlich auch gleich mal eine Trashcan bauen ähm da Stein Kabelstone und eine Kiste eine Kiste Kabelstone und einen Stein habe ich ja auch zum Glück noch irgendwo da so da und Chisikoski äh das machen wir jetzt erstmal hier rein das da rein äh wir öffnen jetzt zum Schluss noch die drei Lootbacks das wir können ja mal gucken ob noch mehr da hinten sind jo hier sind noch welche der Rest kommt alles mit ähm so das da rein das da rein äh das alles hier rein die hier rein die hier rein das da rein hier noch was rein und da hinten das Buch kann auch da rein irgendwas wollte ich noch äh achso wir bauen noch schnell Redstone Glock dazu brauchen wir dazu okay das sieht auch nicht schlecht aus aber wo war die ähm da ist er da ist er Redstone Fackel Stein und Redstone also 1,2,3,4 Irgendwo war ich Redstone Fackeln dann wir könnten eigentlich der Zwer bauen 1,2,3,4 und der Stein so 2 Stück jetzt brauchen wir noch 2 Hebel damit ich die auch aktivieren und deaktivieren kann äh das nein das nicht das da äh das ist jetzt zum Glück leer dann können wir die auch ganz normal setzen dann so und so ausgeschalten ähm du pumpst trotzdem weiter gut dann öffnen wir jetzt noch die Loot Beutel das ist gut das kann ich verarbeiten der Rest ist crap das ist auch gut hier ist alles 3 eigentlich sehr gut für mich äh davon habe ich jetzt mittlerweile schon genug und äh ja was soll ich dazu sagen davon habe ich jetzt mittlerweile auch genug so das schwarze Quarz kommt aber hier rein das kommt da hoch und das Silikon und da rein essen da so das war es aber dann auch mit der Folge jo ich werde Ostklin der R zu fahren indem ich hier auf ein Zeug durchsiebe und hämmere und wir sehen uns dann zur nächsten Folge bis dann bleibt uns spannend genießt den Tag und Bye 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 Damit ja